und damit willkommen wir sind schon direkt im spiel glaube ich willkommen zu einem neuen test hier können wir laufen, spielen ein neues gamescom 2021, in die arena boof online, in dem wir uns exakt und was, was sind wir hier, was tun wir Ok, aha, don't buy this game, ja tatsächlich wir spielen ja das spiel don't buy this game wir laufen auf die backen zu wir sicher nicht rennen wir sehen uns nicht, wir können, wir kommen wir gucken, was wir kriegen ja komm nicht, aber ich dachte ich mache die Teleporen auf dich nein, nein nein, okay, du hast, du hast dir das ich habe keine Unblätigung ich habe diese Teleporen Das dauert auch so. Beides gehen. Er ist auch noch nicht gekauft, also wir hören auf ihn. Wir spielen eine kostenlose Demo-Version. Wir haben das nicht gekauft. Es geht nur zu den Gangklang. Ich will zu diesem Knopf. Nein, ich gebe nicht auf. Okay. Der Button. Oh, okay. Der ist riesig. Der ist riesig, um den Button zu erreichen, jetzt, dass du so klein bist. Jetzt gibt es eine Treppe. Wirklich? Wirklich? Wir werden versuchen, diese unstabilen Erdbeeren zu gehen, nur um diesen Button zu drücken? Wirklich? Wirklich? Wir werden nicht mehr sprinten. Das macht es für meine Bege, die Tricks zu stoppen. Ja, ähm, okay, du weißt, was? Ähm, wir haben diese ganze Verhältnis falsch angefangen. Es war nicht du, es war nicht ich, es war nicht ich. Es war nicht einfach, um zu Beginn zu erinnern. Also, vielleicht kannst du mir das geben. Ich mache mir drei Chancen, um dich zu überzeugen, um dich zu erinnern, um den ganzen Button zu drücken zu drücken zu lassen. Und ich werde dir dann etwas besser geben, um das zu erinnern. Na dann, was hast du denn so ein Angebot? Sag mal. Oh, es ist grün. Oh, ein Button. Oh, uh, sorry. Oh, okay. Ich glaube, das reicht. Okay, danke, danke für mich zu wissen. Ich komme hier irgendwie raus. Okay. 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 I don't know if I want the answer to this one. Okay. I don't know if I want the answer to this one. But, I, you know what? Um, I think there was some kind of mix up. And it appears, that the money is going down right out of my bank account. So why don't we just call it, call it here. You're satisfied with what you got. You're satisfied with what you got. Haha, we're going to do a plan. Okay, okay. Okay, I'll open the door for you, so let's just move on out of this room. Oh, no, no, what are you doing? W-w-weren't you the one that was like, hey, let's go to the big red button? Wasn't that your idea? I see where this is going. You know what? I honestly, I don't like it. Alright here we go. Nayей You find, making me go bankrupt amusing... Oh, I'm very interested Often we can have this one. Haha I don't like it. I don't like it. Actually if I don't like it, I don't like it. Oh. Oh, come on Maybe we got that. Ready? Tja, das wäre wirklich böse. Wow, tut mir fast leid. Fast. Du kennst es an Menschen. Vielleicht sage ich nicht, dass es dir ist, aber vielleicht willst du darauf achten, wenn du all mein Geld nimmst. Ich habe überhaupt keine Gewissensbisse mit so einem Button einprogrammiert. Wie viel wollen wir ihm lassen? 150 vielleicht. Einen 10er lassen wir ihm. Einen 5er, na komm, 2 Euro oder so, 2 Dollar lassen wir ihm noch. Dann kann man sich noch ein letztes Brötchen kaufen. Das soll ja nicht gleich verhungern. ... 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 Vielen Dank.